Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Das hier ist das Apple iPhone 7, für viele sicherlich das meist erwartetste Smartphone dieses Jahres. Designtechnisch hat sich aber auch dieses Jahr nicht besonders viel getan. Das iPhone 7 sieht dem Vorgänger ziemlich ähnlich. Unter der Haube hat man aber einiges verbessert. Apple verbaut eine neue Kamera, Stereo-Lautsprecher. Andere Dinge wie der 3,5mm Klinkenanschluss oder der physische Homebutton sind dafür aber weggefallen. Ich habe das iPhone 7 ausführlich getestet und ob es wirklich die neue Nummer 1 auf dem Smartphone-Markt ist und natürlich ob sich ein Kauf lohnt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Während Apple beim Design, wie schon erwähnt, kaum etwas verändert hat, blieben die Abmessungen exakt genauso wie beim iPhone 6s. Mit 138x67mm und einer Gehäusedecke von nur 7,1mm ist das iPhone 7 für heutige Verhältnisse relativ handlich. Dazu kommt ein Gewicht von 138g. Damit ist es einen Tick leichter als der Vorgänger, das fällt aber wirklich kaum auf. Dementsprechend liegt natürlich auch das iPhone 7 wieder ziemlich gut in der Hand und lässt sich meist problemlos einhändig bedienen. Apple verbaut nach wie vor ein 4,7 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1334x750 bei etwa 326 ppi. Neu ist die 7 Megapixel Frontkamera oberhalb des Displays. Was die so taugt, das schauen wir uns später natürlich noch genauer an. Eine Benachrichtigungs-LED, wie man sie von vielen Android-Smartphones kennt, gibt es nach wie vor nicht. Die größte Neuerung auf der Vorderseite betrifft aber definitiv den Homebutton. Halt, ich habe doch eben gesagt, dass der physische Homebutton weggefallen ist. So ist es auch. Den Homebutton des iPhone 7 kann man nicht mehr drücken. Apple verbaut stattdessen eine Sensortaste mit darunterliegender Taptic-Engine, ähnlich wie bei den Trackpads in den neueren MacBooks. Der Homebutton erkennt, wie stark ihr draufdrückt und gibt euch dementsprechend ein haptisches Feedback. Nach einigen Tagen mit dem iPhone 7 muss ich sagen, dass das Ganze erstaunlich gut funktioniert und gefühlt auch etwas schneller reagiert als beispielsweise der Homebutton des iPhone 6s. Man kann die Intensität, mit der der Homebutton reagieren soll, einstellen, aber egal, welche Stufe man da wählt, meiner Meinung nach fühlt es sich doch etwas anders als eine richtige Taste an. Alles in allem gefällt mir diese Neuerung aber doch ziemlich gut. Nach einer kurzen Eingewinnungszeit überwiegen da doch die Vorteile. In den Homebutton wurde natürlich auch wieder Touch ID, also ein Fingerabdrucksensor, integriert. Der funktioniert genauso schnell und zuverlässig wie beim iPhone 6s, da konnte ich jetzt keine Verbesserungen erkennen. Der Rahmen besteht wieder aus Aluminium und fühlt sich auch extrem hochwertig an. Auf der linken Gehäuse-Seite finden wir den altbekannten Mute-Switch und die Tasten für lauter und leiser. Die sind beide super verarbeitet und sehr gut zu erreichen. Das gilt auch für den Powerbutton, der sich wieder auf der rechten Seite befindet. Darunter finden wir dann den Einschub für die Nano-SIM-Karte. Apple-typisch kann derwahlweise 32, 128 oder 256 GB große interne Speicher aber natürlich nicht erweitert werden. Die Oberseite ist absolut blank gehalten und unten finden wir dann den Lightning-Port, ein erstes Mikrofon und den ersten Lautsprecher. Wie anfangs schon erwähnt, setzt Apple beim iPhone 7 aber tatsächlich auf zwei Lautsprecher. Der zweite wurde allerdings direkt in die Hörmuschel auf der Vorderseite integriert und das macht sich extrem positiv bemerkbar. Das iPhone 7 ist zwar nur minimal lauter als das 6S, überzeugt aber mit einem deutlich volleren und auch insgesamt einfach besseren Klang. An das HTC 10 kommt es aber trotzdem nicht dran, aber davon macht ihr euch am besten selbst ein Bild. Jetzt folgt also eine kleine Hörprobe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine weitere Neuerung ist die Tatsache, dass das iPhone 7 nun nach IP67 wasser- und staubdicht ist. Ja, das Ganze funktioniert tatsächlich. Ich würde davon aber wirklich nur in Notfällen Gebrauch machen, denn Apple gibt an, dass Wasserschäden nach wie vor nicht von der Garantie abgedeckt sind. Nachdem wir uns nun alle Tasten und Anschlüsse angeschaut haben, fällt aber eine Sache auf. Apple hat tatsächlich den 3,5 mm Klinkenanschluss weggelassen. Das sorgte nach der Präsentation ja schon für einen riesigen Aufschrei. Kopfhörer sollen in Zukunft entweder über Bluetooth, direkt über den Lightning-Anschluss oder über den mitgelieferten Lightning auf 3,5 mm Klinkenadapter angeschlossen werden. Ich bin ganz ehrlich, ich nutze selbst immer noch gerne klassische kabelgebundene Kopfhörer. Und da hat es mich in den letzten Tagen schon etwas genervt, dass ich ständig diesen Adapter mitschleppen muss. Und mal ehrlich, sowas verliert oder verlegt man eben auch mal ganz gerne. In Zukunft wird das Angebot an Kopfhörern mit Lightning-Anschluss sicher schnell steigen, aber Stand heute nervt der fehlende Klinkenanschluss im Alltag doch etwas. Damit werden wir dann aber auch schon bei der Rückseite angelangt. Hier gibt es, was das Design anbelangt, die größten Neuerungen. Apple setzt nach wie vor auf ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium. Die Antennenstreifen, die beim iPhone 6 und beim 6s allerdings noch auf der Rückseite waren, die hat man beim iPhone 7 dezent in den Rahmen integriert. Das sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus und gerade bei den neuen Farben, also Schwarz und Diamantschwarz, fallen die Antennenstreifen kaum mehr auf. Ansonsten gibt es auch das iPhone 7 wieder in Silber, Gold und Rose Gold oder Rosé Gold. Die neue schwarze Farbvariante, die ich getestet habe, die hat mir ziemlich gut gefallen und was ich so gehört habe, ist diese Farbe auch bei weitem nicht so anfällig für Fingerabdrücke oder Kratzer wie Diamantschwarz. Das iPhone 7 ist Apple-typisch perfekt verarbeitet und fühlt sich einfach nur extrem hochwertig an. Also genau das, was man von einem 759 Euro Smartphone erwarten kann. Ich persönlich habe mich mittlerweile aber etwas an dem Design satt gesehen und hoffe, dass Apple bei der nächsten iPhone-Generation endlich auf ein kompletten neues Design setzt. Es wäre meiner Meinung nach echt mal wieder an der Zeit. Auf der Rückseite sticht natürlich sofort die 12 Megapixel Hauptkamera ins Auge. Die hat nun eine noch lichtstärkere Blende von f1.8 und endlich auch beim Nicht-Plus-Modell einen optischen Bildstabilisator. Neu ist auch die Quad-Foto-LED und auch diesmal ragt die Kamera wieder ziemlich deutlich aus dem Gehäuse hervor. Was sie wirklich kann, das schauen wir uns später im Kamerateil natürlich noch genauer an. Der fest verbaute Akku hat diesmal eine Kapazität von 1.960 mAh. Verglichen mit der Android-Konkurrenz ist das fast lächerlich wenig, aber im Vergleich zum iPhone 6s sind es doch über 10% mehr. Auch auf den Akku gehe ich später noch ausführlicher ein. Ansonsten kommt das iPhone 7 natürlich ab Werk mit Apples neuestem mobilen Betriebssystem, also iOS 10. Als Prozessor kommt der ebenfalls neue Apple A10 Fusion zum Einsatz. Dabei handelt es sich erstmals in einem Apple-Smartphone um einen Quad-Core-Prozessor, der mit maximal 2,34 GHz taktet. Dazu gibt es wieder 2 GB RAM und auch LTE zur mobilen Datenübertragung ist natürlich mit an Bord. Zur Software, also iOS 10, will ich gar nicht zu viel erzählen. Das ist ja hier ein iPhone 7 und kein iOS 10 Review. Viele haben mich gefragt, ob auch das iPhone 7 wieder mit 3D Touch kommt und ja, das ist natürlich auch hier an Bord. Das Display erkennt, wie viel Druck ihr aufübt. Dadurch ergeben sich beim Drücken auf angepasste Apps oder Bilder ganz nützliche Zusatzfunktionen. iOS 10 läuft auf dem iPhone 7 extrem flüssig und stabil. Die meisten Neuerungen gibt es ja auch hier eher unter der Haube. Ich fand es allerdings ziemlich nützlich, dass nun auch die Apple-Stock-Apps deinstalliert werden können. Das schafft einiges an zusätzlichem Speicherplatz. Die auffälligste Änderung ergab sich für mich aber gleich beim Aufwachen des Betriebssystems. Der Bildschirm des iPhone 7 geht dank iOS 10 ja bereits an, wenn man das Smartphone hochhebt. An sich ist das ein ganz nützliches Feature. Aber mir ist es oft passiert, dass das Display anging, obwohl ich es gar nicht wollte, beispielsweise beim Reinigen. Aber gut, das lässt sich bei so einer Funktion wohl nicht verhindern. Performancetechnisch kann das iPhone 7 wieder auf ganzer Linie überzeugen. Apps starten und schließen rasend schnell und ich hatte so gut wie nie Rücklehr oder Verzögerungen. Spiele sehen einfach nur beeindruckend aus und laufen auch extrem flüssig. Und auch in den bekanntesten Benchmarks kann das iPhone 7 überzeugen. Dazu habe ich ja schon jeweils ein extra Video gemacht. Ich habe in den letzten Tagen auch öfter gehört, dass manche iPhone 7 ziemlich schnell warm werden sollen. Das war bei mir aber absolut nicht der Fall. Aber das haben wir ja auch schon in den eben genannten Punkten bzw. Videos gesehen. Der nächste Punkt ist Hisgate. Hält man das iPhone 7 mit der Hauptkamera ganz nah ans eigene Ohr, dann kann man ein leichtes Knackgeräusch hören. Ja, ich habe das auch bei meinem iPhone 7 beobachten können bzw. hören können. Es ist aber meiner Meinung nach trotzdem nicht der Rede wert. Zum einen hört man das im Alltag zu keinem Zeitpunkt und zum anderen macht mein iPhone 6s, wenn ich es so nah an mein Ohr halte, ganz ähnliche Geräusche. Da würde ich mich also absolut nicht verrückt machen lassen. Weiter geht es mit dem Display. 326 ppi sind heutzutage ja nicht mehr wirklich viel. Trotzdem muss ich sagen, dass ich die Schärfe insgesamt als ausreichend empfinde. Ja, ein Galaxy S7 oder eben iPhone 7 Plus haben im direkten Vergleich ein merkbar schärferes Display, aber im Alltag fällt das meiner Meinung nach kaum auf. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Panel im iPhone 7, was Farbechtheit, Farbdarstellung und Kontrastverhältnisse angeht, zu den besten Displays auf dem Markt gehört. Hier ist es tatsächlich nochmal einen Tick besser als das Display des iPhone 6s, vor allem was den Schwarzwert angeht. Was ich allerdings nur ganz selten gesehen habe, das ist die um 25% höhere Displayhelligkeit. Die macht sich nämlich nur bei aktivierter Autohelligkeit und in wirklich sehr, sehr hellen Umgebungen bemerkbar. Selbst da halten sich die Unterschiede zum 6s meiner Meinung nach aber in Grenzen. Das gilt auch für die Blickwinkelstabilität, aber gut, hier geht es ja kaum noch besser. Nun kommen wir aber endlich zur Kamera. Bei der UI gibt es hier nichts Neues, sie ist immer noch extrem einfach und übersichtlich und Dinge wie einen manuellen Modus oder dergleichen sucht man leider vergeblich. Den Autofokus hat Apple etwas verbessert, er ist nun einen Tick schneller als beim iPhone 6s. An den Dual Pixel Autofokus des Galaxy S7 oder Note 7 kommt er aber nicht ran. Nun aber zum wichtigsten Punkt, also der Bildqualität. Auch hier kann das iPhone 7 auf ganzer Linie überzeugen. Bei guten Lichtbedingungen macht es extrem scharfe und farbechte Aufnahmen mit einem meist tollen Dynamikumfang. Auch der Auto-HDR-Modus hat mir wieder extrem gut gefallen. Hier gibt es meiner Meinung nach aber nur minimale Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 6s. Die Königsdisziplin ist und bleibt aber natürlich die Lowlight Performance. Und gerade hier gibt es dank der niedrigeren Blende und dem optischen Bildstabilisator merkbare Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 6s. Die Aufnahmen werden heller und einfach detailreicher. Hier haben ein Galaxy S7 oder Note 7 meiner Meinung nach aber immer noch die Nase vorn. Der Unterschied ist aber nicht groß, aber er ist eben da. Zwischen den Geräten kommt aber eh noch ein ausführlicher Vergleich. Alles in allem lässt sich sagen, dass die Kamera des iPhone 7 definitiv sehr gut ist, aber besser als die Konkurrenz ist sie meiner Meinung nach auch nicht. Noch ein paar Worte zur Frontkamera. Hier macht sich die erhöhte Auflösung teilweise echt positiv bemerkbar. Die Aufnahmen werden insgesamt schärfer und vor allem bei schlechteren Lichtbedingungen etwas besser als noch beim iPhone 6s. Empfang und Sprachqualität sind exakt genauso wie beim 6s, also im oberen Mittelfeld. Keine wirkliche Probleme hatte ich hier nie. Nun kommen wir natürlich aber noch zum Akku. Hier war ich anfangs wieder extrem skeptisch. Ja, der Akku ist etwas größer geworden, aber im Vergleich zur Android-Konkurrenz ist das gefühlt immer noch viel zu wenig. Ich wurde dann aber doch positiv überrascht. Mit dem iPhone 6s kam ich ja immer gerade so durch den Tag. Das ist jetzt mit dem iPhone 7 überhaupt kein Problem mehr. Diese um zwei Stunden längere Akkulaufzeit, die Apple da bewirbt, die kommt meiner Erfahrung nach also tatsächlich ganz gut hin. An den Galaxy S7 Edge oder gar Huawei Mate 8 kommt es, was die Akkulaufzeit angeht, aber nicht dran. Aber es ist in etwa auf dem Niveau des Galaxy S7 oder Huawei P9 und das ist bei der Akkugröße doch ziemlich gut. Was ich allerdings nach wie vor vermisse, das ist Fast Charging und Wireless Charging. Mit dem mitgelieferten Netzteil dauert es trotz des kleinen Akkus knapp über zwei Stunden, bis der Akku vollgeladen ist. Da sind Samsung, Huawei, HTC und Co. schon deutlich besser. Damit werden wir jetzt aber auch schon wieder beim Fazit angelangt und wir beginnen natürlich mit den Punkten, die für das iPhone 7 sprechen. Da hätten wir zum einen die hervorragende Verarbeitung und das hochwertige Design. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Da hat sich ja auch nicht viel verändert im Vergleich zu den Vorgängern. Aber wie gesagt, dieses neue Antennendesign finde ich jetzt deutlich besser. Die neuen Farben sind auch cool. Klar, das ganze Design wirkt mittlerweile doch etwas altbacken, aber ja, es ist trotzdem noch ein sehr, sehr schönes und hochwertiges Smartphone. Überzeugen kann auch das Display. Klar, die Auflösung könnte höher sein, aber vor allem Farbdarstellung, Helligkeit, Blickwinkelstabilität, das ist alles wirklich mehr als hervorragend. Hat mir wieder extrem gut gefallen und wie gesagt, vor allem die Farbdarstellung und auch die Helligkeit haben sie einen Tick verbessert. Dazu kommt dann die sehr, sehr gute Kamera. Wie gesagt, es ist nicht die beste auf dem Markt, aber definitiv eine der besten auf dem Markt. Und es gibt Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 6s, da kann man nicht wirklich viel kritisieren. Dazu kommen dann noch so ein paar einzelne Punkte. Stereo-Lautsprecher, die haben mir ziemlich gut gefallen. Es ist jetzt eben wasserdicht. Wir haben eine verbesserte Akkulaufzeit und so weiter. Also das sind alles Punkte, die für das iPhone 7 sprechen. Und mir hat auch dieser neue Homebutton mit der Taptic Engine ganz gut gefallen. Es gibt aber auch ein paar Kontrapunkte. Allen voran wie jedes Jahr der nicht erweiterbare Speicher. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja gut, der Speicher kann nicht erweitert werden, aber Apple hat jetzt immerhin schon zum Anfang das 32 GB Modell, nicht mehr 16 GB. Und es gibt ja auch noch 128 und 256 GB. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ich glaube kaum einer braucht mehr als 256 GB Speicher. Aber dann kommt eben der nächste Punkt und das ist der hohe Preis. Wir beginnen bei 759 Euro für das 32 GB Modell. Das geht meiner Meinung nach noch gerade so in Ordnung, aber die meisten werden 128 oder 256 GB brauchen. Und dann sind wir eben schon bei 869 beziehungsweise gleich 979 Euro. Und das ist einfach verdammt viel Geld, muss man so ganz klar sagen. Und da ist die Android-Konkurrenz auch günstiger. Vielleicht nicht, was die UVP angeht, aber das Problem bei Apple ist ja immer, die UVP sinkt nicht. Und bei den Android-Smartphones ist das eben doch etwas anders. Nur so zur Erklärung. Als letzten Punkt habe ich dann noch geschrieben, viele Kompromisse. Was meine ich damit? Es gibt keinen Klinkenanschluss mehr. Ich finde ganz ehrlich, so schlimm ist das Ganze nicht. Aber auf lange Sicht ist es nicht so schlimm. Aber jetzt, Stand heute, stört es doch etwas. Wir haben kein Fast Charging. Das stört mich ehrlich gesagt doch schon ziemlich. Und wir haben nach wie vor diese dicken Display-Ränder. Das fällt jetzt beim iPhone 7 gar nicht mal so krass auf. Aber beim iPhone 7 Plus Review, da werden wir dann sehen, dass das Ganze doch schon etwas mehr stört. Das ist also das iPhone 7. Alles in allem definitiv ein klasses Smartphone. Und vor allem diese Kombination aus hochwertigem Gehäuse, starker Performance und genialer Kamera hat mir persönlich extrem gut gefallen. Dazu kommt, dass Apple es geschafft hat, einige Schwächen des Vorgängers, wie zum Beispiel die Akkulaufzeit, zu verbessern und eben einige nützliche neue Features hinzugefügt hat, zum Beispiel die Stereo-Lautsprecher. Mittlerweile sind wir aber im Jahr 2016 angelangt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass es auch andere Smartphones gibt, die ähnlich gut wie das iPhone 7, beziehungsweise vielleicht sogar in manchen Punkten besser als das iPhone 7 sind und vor allem eben auch weniger kosten. Der Hauptkonkurrent ist meiner Meinung nach das Samsung Galaxy S7. Dazu folgt dann, wie versprochen, sehr, sehr bald noch ein ausführlicher Vergleich. Nichtsdestotrotz, wer iOS bzw. iPhones generell mag, der wird mit dem iPhone 7 sehr, sehr glücklich werden. Vermutlich glücklicher als mit jedem anderen Android-Smartphone. Also es ist definitiv ein klasses Smartphone. Aber für mich persönlich hat irgendwie auch dieses Jahr wieder dieser Wow-Effekt, den ich noch bei einigen älteren iPhones hatte, gefehlt. Aber ja, das war mein Review des Apple iPhone 7. Ich hoffe natürlich, wie immer es hat euch gefallen. Ihr könnt mich gerne mal wissen lassen, was ihr von diesem Smartphone haltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.